Die sagen mir gar nichts. Ich weiß was, wenn ich sie fressen oder was? Ein Moment. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Sieh mir! Was wollen Sie? Was wollen Sie? Die ist fertig. Steigen Sie aus. Sie legen immer das Toil ab. Kommen Sie. Nein! Nein! Fertig! Also, lassen Sie die Polizei kommen. Sie müssen die Polizei kommen. Oh, shit. Oh, sorry. Lassen Sie mich nicht an? Sie wissen genau, dass Sie nichts machen und nichts machen. Sie lassen mich nicht an? Sie lassen mich nicht an? Sie wissen es genau. Sie lassen mich nicht an. Schweren Sie ab? Sie sind ganz schäbige Typ, wissen Sie das? Ich würde mich so gerne fressen verstehen. Noch so gerne. Polizei Peron24, ist das gut? Herr Berger. Ja, danke vielmal. Das ist gut, danke. Wer ist für Spritzfolie? Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Sie verursacht, Sie anstatt. Nein, Sie haben es ausgelegt. Ach, ich habe es ausgelegt? Sie sind hierhin gekommen. Kommen Sie mich nicht an. Also, wenn Sie freiwillig aussteigen, wissen Sie, wo Sie mir können. Was? Wo kann ich Ihnen? Arsch! Ja, aus der Halle. Wollen Sie die Hose ab? Ja, gute Sicherheit zu. Sehr gut. Wollen Sie das machen? Sie sind eine schwule Sau. Ja, gute Sicherheit zu. Dann geht es doch nicht. Nein, das ist nicht. Sie sind mit diesen Scheissgeräten, auch nicht schon immer zu tun. Jetzt kann man wegen dem nicht abkommen. Ja, komm schnell. Darf der Schumpflüge den Reservbus nehmen und den drückst du hier? Ja, ja. Der ist aber Sommer mit Wein. Sommer mit Wein? Sie sind der Anspruch, der es ausgelegt hat. Ja, ich fahre schon, aber den Berger, wir machen die Lämpfe. Wechseln. Also, wir kommen gleich. Also, pack mit dem. Dann gehen wir dann noch. Der Berger bleibt bei mir. Hast du den Reservbus, den wir nehmen? Den bin ich mir. Haben Sie mich zur Verfügung? Ja. Und Sie sind der Herr? Hör den Berger. Wissen Sie, wen kann ich verfügen? Sie sind in einem öffentlichen Fahrzeug. Ja, ja. Wissen Sie mal. Sie fügen mich blöd an, in einem öffentlichen Fahrzeug. Ich füge Ihnen nicht an. 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 Sie füge Ihnen nicht an. Nein, Sie sagen nur an. Sie sind mit dem Sheriff. Oder was? Sie möchten gerne einen Sheriff. Können Sie sich damit abfinden? Ja. Sie haben nie den Status vom Sheriff. Äh. Tätigkeiten gegen mich. Fahrgeschleidung. Wir fassen immer denselben. Es tut mir leid, he. Tschüss, Frau Bé.